Ja, wir befinden uns in Lübenau, auf dem Kirchplatz. So ein Elend wegen den Damen hier, sagt einer. Das ist doch die Cora. Ja, jetzt nochmal die richtige Ansicht. So ein Elend. Was hat der gesagt? Ja, schönes Auto. Das ist Horror, hier durchzufahren, ey. Ja, dann lässt man es eigentlich. Ja, da muss ich. Das ist die Cora. Ja, der Weg ist ganz beschwerlich zur Bühne, aber wir sind gleich soweit. Oh, weia. Das ist noch kein Ende. Gefühlte 100 Stunden, die wir hier durchführen. Gefühlte 100 Stunden, die wir hier durchführen. Ich glaube, wir müssen beatmet werden. Gut, gut, gut.